Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Digital Days 2019. Digital Days 2019, hier am 4. und 5. November am 1. Campus. Machen wir gemeinsam Wien zur Digitalisierungshauptstadt in Europa. Digitalisierung umfasst alle Lebensbereiche und es wird in Zukunft darum gehen, auch die besten Köpfe an einem Wirtschaftsstandort zu halten oder die herzubringen und da hat Wien im internationalen Vergleich sehr, sehr gute Karten. Eine allgemeine künstliche Intelligenz, die viele verschiedene Aufgaben übernehmen kann, haben wir noch nicht. Und ich kann auch nicht sagen, ob wir die in 10 oder in 20 Jahren haben, aber dann geht die Party richtig los. Also ich glaube, dass es in Wien darum geht, digitale Lösungen zu finden und zu bauen und zu entwickeln, die wirklich der Bevölkerung einen Mehrwert schafft. Es ist wichtig, von anderen Ländern zu lernen bzw. auch mit anderen Ländern zu kooperieren und dass wir an gemeinsamen Lösungen arbeiten. Im Augenblick verschmelzen gerade die Informationstechnologie, Big Data und die Biotechnologie, das menschliche Genom. Und wir gewinnen Erkenntnisse, die es in dieser Form noch nie gegeben hat und das verändert wirklich die Medizin in allen Bereichen. Digitalisierung oder das Thema muss einfach sein. Es muss Spaß machen. Es ist so, dass es nicht zu kompliziert sein darf und wir versuchen vorne zum Beispiel mit einem Coding-Workshop Schüler dafür zu interessieren, indem man einfach spielerisch das ausprobiert, die Werkzeuge benutzt und selber damit gestalten kann. Was ist für unsere divulgung? Das ist für sie. Da ist für sie ein paar Instalstellen. Amen.